ein wunderschönen guten morgen liebe kanal unity ja heute am 16 august ist der karl lauterbach unser bundesgesundheitsminister aus deutschland vor die kamera getreten und hat uns ein paar mitteilungen gemacht ich habe gehofft dass da ein paar änderungen stattfinden aber ich will euch einen kurzen überblick über den presse ausschuss heute geben ja im kabinett wurde es jetzt beschlossen und es wird zu einer langfristigen änderung in der cannabis legalisierung werden 50 prozent der drogenkriminalität sind auf cannabis zurückzuführen so lauterbach aber auch viel wegen künstlicher cannabinoide und beimengungen streckungen und so weiter ja es gibt immerhin also es gibt noch viele gegner wie wir wissen die einen sagen es ist zu bürokratisch gestaltet die anderen sagen es geht in die völlig falsche richtung ich glaube wir wissen von wem es kommt soll aber seiner meinung nach ein gutes zeichen auch sein das heißt die gespräche werden dadurch intensiver und man hat es überhaupt zu besprechen und nicht wie damals wo es einfach ein tabuthema war ja sie wollen auch nicht die legalisierung nach amerikanischen vorbild und sie wollen es auch nicht nach den nach dem holländischen vorbild in amerika wie ihr wisst ist es ja alles sehr kommerziell geworden dadurch ist natürlich auch ein jugendschutz für die bundesregierung nicht durchführbar die sagen das können wir nur machen mit unserer regelung also es nicht kommerziell werden zu lassen und natürlich auch regelungen zu beschließen dass es nicht so wird wie in holland ja wo die clubs eigentlich noch alle völlig illegal sind ja der kinder und jugendschutz wird sogar ausgedehnt und zwar bis zum 25 lebensjahr also das heißt man kann sogar damit rechnen dass diese niedrig dosierten cannabis pflanzen vielleicht sogar bis zum 25 alter abgegeben werden dürfen aber das sind jetzt nur von mir ausgedachte sachen die gehen davon aus dass der jugendschutz auf jeden fall ausgedehnt wird bis zum 25 lebensjahr das heißt was bislang also tabu war in schulen und so weiter nicht besprochen wurden wird jetzt erst richtig eingesetzt schulen besprochen es werden präventionsmaßnahmen beschlossen und damit sowohl dem jugendschutz ja damit soll der jugendschutz gut platziert sein ja gibt es eine wende in der drogenpolitik ist die frage also die 25 gramm bleiben erst mal da hat es keine veränderung gegeben die gehen davon aus dass die preise auf jeden fall durch die genossenschaften durch die anbaugemeinschaften cannabis social clubs die preise niedriger werden als auf dem schwarzmarkt und somit sagen die ist da erstmal keine änderung notwendig ja die ist auch die schutzzonen mit 200 meter bleibt auch da keine veränderung zu sehen weil sonst wiederum kein jugendschutz möglich so lauterbach er spricht sich aber auch gegen die aussage vom richterbund aus die ja sagen durch die legalisierung oder regulierung wird es noch mehr oder durch die bürokratische gesetzgebung wird es noch mehr fälle geben also aus rechtlicher sicht wird es eher weniger geben und man kann so halt auch keinen schutz betreiben dass es jetzt mal die die haupt aussage und somit soll halt die richterbund aussage ja in luft sich auflösen so und dann was immer wieder ganz wichtiges thema ist ist kiffen und autofahren da ist auch einiges passiert oder beziehungsweise läuft da viel im hintergrund was aber natürlich nicht bekannt gegeben wird im moment ist es noch so dass ein nanogramm pro ein milliliter als grenzwert gilt und das hat 1998 obwohl die die stärken der pflanzen sich auch mittlerweile erhöht haben es ist schade dass es immer noch so ist die studienlage macht es schwer und gibt es auch erst seit 2022 es ist aber eine extra kommission noch gegründet worden die studien durchführen und die nach der bekanntgabe der studien dann auch den grenzwert hochsetzen beziehungsweise bekannt geben werden also es wird erst wissenschaftliche studien noch dazu geben im moment gibt es noch eine verurteilung im paragrafen 24a was ihr wohl kennt es muss auf jeden fall einen grenzwert geben darüber sind sie sich einig dass das auch nicht mit alkohol gleichgesetzt werden kann das ist halt wirklich schwierig bei alkohol ist es einfach leichter festzustellen und ich glaube da ist das hauptproblem ja 500 mitglieder zu viel zu wenig reicht das es soll nicht mehr werden also die wollen bei 500 mitglieder bleiben warum kontrolle 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 die wollen einfach dass es überschaubar bleibt auch wegen der preisgestaltung es muss einfach kontrollierbar sein und die vermuten dass es so schon durch die bürokratischen auflagen kompliziert wird diese clubs vernünftig zu überwachen aber wenn dann diese 500 mitglieder begrenzung nicht ist es ist dann noch schwieriger wird ja und auch die zehn prozent grenze thc für unter 21 jährige bleibt erst mal wie gesagt ob die noch aufgesetzt wird auf 25 ich glaube eher nicht auch die 50 gramm pro monat bleibt erst mal ja ein werbeverbot bleibt natürlich auch die frage ist da wie oder inwieweit werden social media werbung und so weiter kontrolliert es wird sanktionen geben da steht fest es wird hart kontrolliert werden es wird aber von den ländern kontrolliert werden das macht nicht das gesetz sondern das bleibt dann den ländern überlassen welche ämter sie dafür einsetzen die das dann kontrollieren also das wird noch eine komplizierte sache die clubs sollen auf jeden fall schnell ihre 500 mitglieder erreichen oder die meisten haben es jetzt sogar schon also das glaube ich soll relativ schnell gehen und deshalb wird auch gesagt brauchen die einfach keine werbung durch ihre club eröffnung und social media beiträgen haben die ruckzuck ihre mitglieder und brauchen dann praktisch auch keine werbung mehr zu machen wofür ja laut dem gesundheitsminister lauterbach ist es auf jeden fall die beste methode um eine legalisierung umzusetzen also die beste methode wenn man jetzt nach holland nach amerika oder anderen staaten guckt ja besonders sollen noch ein problem sein mit besuchern oder wenn wenn mitglieder was außerhalb verkaufen wie hart das dann bestraft wird auch das ist noch so ein thema was noch nicht ganz raus ist wie damit jetzt in zukunft dann umgegangen wird es gibt also weiterhin gefahren aber sie werden besser zu kontrollieren sein das ist mal die das hauptanliegen von der regierung es gibt übrigens keine aussage zum konsum in den clubs das finde ich immer noch weiterhin schade dass leute aus den clubs gezwungen werden in die öffentlichkeit zu gehen und dort zu rauchen das ist einfach ein unding und ich verstehe nicht warum das immer jetzt noch nicht geändert wurde und leute dann in parks oder auf die straße gehen sollen wo doch dann wieder viel mehr der jugendschutz gefährdet ist als wenn man das direkt im club wegen meiner in in konsumräumen die extra dafür eingerichtet werden gemacht wird aber gut da ist glaube ich auch das letzte wort noch nicht gesprochen wir bleiben da auf jeden fall dran und auch wann ist der start ist noch nicht ganz klar lauterbach hat zwar verlauten lassen am ersten ersten soll das umgesetzt werden wir wissen aber nicht mit kabinett und so ob das wirklich im bundestag jetzt beschäftigt sich der bundesrat damit ob es dann zu weiteren problemen oder auch lösungen kommen wird ja am ende wird auf jeden fall die cdu die csu versuchen den prozess zu behindern überlegt euch also gut bei der nächsten wahl was und wo ihr kreuzung wo ihr euer kreuz macht auch führerschein technisch wird es in bayern schwieriger werden das kann ich euch schon versprechen denn das haben wir vorhin schon gehört die länder werden das praktisch also das wird den ländern übergeben wie sie führerschein technisch härtemäßig bestrafen dann wissen wir also wie das in bayern aussehen wird selbst auf e-scootern könnt ihr führerschein probleme bekommen auch da bitte ich um vorsicht es ist für mich auch noch ein sehr schlimmes problem dass man sagt fünf nicht mehr als 50 gramm darf man haben und drei pflanzen darf man haben also du darfst drei pflanzen stehen haben die dürfen auch mehr wie 50 gramm haben das ist ja auch schwer der pflanze zu sagen du darfst nur jede pflanze darf jetzt nur so und so viel haben dass ihr zusammen nicht auf 50 gramm kommt also das wird kein problem werden aber da wird sicherlich auch noch eine andere lösung für geben es kann ja nicht sein dass wenn ich jetzt 100 gramm ernte da muss ich 50 gramm vernichten verbrennen der regierung geben damit ich dann nicht mehr als 50 gramm zu hause habe also das kann keine und wird keine lösung sein damit zwingt man die leute praktisch wieder kriminell zu werden ja und dann gibt es natürlich so eine frage was ist wenn ja ich einfach in der stadt wohnen balkon habe dort meine drei pflanzen habe und mir dann einen auf meinem balkon rauchen möchte da ich ja nicht in der öffentlichkeit da in der schule jetzt ist aber gegenüber der schule darf ich jetzt auf meinem balkon einrauchen es wird davon ausgegangen dass man es darf weil diese 200 meter von schulen und kindergärten und so weiter sind auf die öffentlichkeit bezogen das heißt öffentliche räume auf dem balkon bist du eigentlich in einem privatraum und das sollte eigentlich klar gehen ohne dass die polizei da jetzt balkone kontrollieren muss ob da mehr als zwei drei pflanzen stehen ja was seltener konsum angeht das ist alles noch ein bisschen schwammig also mit trennung zwischen konsum fahrtüchtigkeit man will sich das mehr anschauen wie das wie das mit unfällen zum beispiel aussieht in der statistik wenn unfälle passieren ist der konsum im spiel und dann kann man vielleicht auch nachher behaupten muss man da was ändern oder gibt es vielleicht gar keine gar kein zusammenhang zwischen konsum und unfällen ja wie gesagt wie schon betont habt der unterschied zwischen alk und gras wird kompliziert da deutschland dahin geht eine null promille glänze bei alkohol wird schon jetzt gefordert und wenn das dann auch bei gras gefordert wird es wird alles kompliziert weil bei alkohol ist es natürlich möglich wenn ich einen tag oder zwei tage kein alkohol trinke dass ich dann null promille habe bei weed wie wir wissen ist es nicht so es wird also ein problem in der beurteilung geben gerade wenn man häufiger konsum also wenn ein häufiger konsum stattfindet lagert sich das natürlich oder reichert sich das im körper ab und deshalb wird es schwierig werden da eine null nanogramm grenze zu erreichen es ist auch noch ja es ist sehr schwer zu beurteilen du hast es zwar im blut aber ist es wirklich im gehirn und erzeugt eine rauschwirkung das alles muss noch erforscht und studiert werden wie ihr wisst nichts darf so behauptet werden und es wird auch nicht rücksicht genommen was experten oder was andere konsumenten schon 20 jahre für erfahrungen haben es soll also durch die ermittlungsbehörden verändert werden es bleibt kompliziert ja ihr lieben ich glaube ich habe jetzt ziemlich alles erwähnt was wir in der pressekonferenz gehört haben es soll übrigens eine milliarde einsparungen geben für die verfolgung und die könnte man wieder einsetzen um großkriminalität zu bekämpfen das heißt also nicht dass es keine verurteilung und verfolgung mehr gibt aber nichtsdestotrotz würden sie dadurch eingedämmt ja und jetzt noch eine ganz kurze meldung laut einer community auswertung von größeren zeitungen oder medien gibt es in deutschland immer noch eine 50 50 auswertung also 50 prozent die sagen ja wir wollen die sofortige legalisierung und immer noch 50 prozent die dagegen sind also wir müssen immer noch viel daran arbeiten dass der haben verstanden wird und ich empfehle immer wieder ein schönes buch hier von marcus berger wo alles beschrieben ist und wer das dann nicht versteht dem ist einfach auch nicht mehr zu helfen in diesem sinne wünsche ich euch viel gesundheit und viel hilfe bis dahin